Liebe Leute, heute mal ein Video ohne Gäste, denn es geht um ein Unboxing. Wir machen in dieser Box ganz viele andere kleine Boxen drin. Viele Dinge verpackt. Boxen. Das ist quasi ein Pack-Opening im Real Life. Und das mache ich. Ganz allein. Unboxing! Hallo Sola! Was machst du denn da mit meiner Box? Mit dabei natürlich Sola. Wie kann ich denn ein Hextech Real Life Box Opening ohne Hextech ohne Sola machen? Der wurde nicht von mir verpackt, aber vorne drauf bin ich. Hinten drauf ist Sola. Sehr schön, sehr hübsche Verpackung. Und hier ist Johnny. An der Stelle eher weniger hübsch. Hey, habt ihr Autogrammkarten? Nee, die sind gerade leider alle. Da müssen wir erst nachbestellen. Ja, das haben wir schon mal ein Problem. Aber hier drin sind ein paar Sachen, die von Amazon gekauft wurden. Nicht von mir und nicht von ihm. Wir wissen nicht, was drin ist und wir schauen jetzt einfach mal rein. Pass auf! Wer will anfangen? Schnick, schlack, 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 schlack. Das sieht aus, dass man theoretisch nach Beendigung der Sitzung einfach aufstehen könnte, ohne abzuwischen. Es kommt mehr oder weniger klares Wasser. Allerdings pinkelt man nicht, sondern man kackt sich die Silber aus dem Leid. Der Rentner Schiss ist einfach so eine schwarze Kugel. Ich hab den Faker. Die glückliche Robbe. Die Stauremwurst. So. Machiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil! Was soll das sein? Das hier, meine lieben Damen und Herren. Ist das eine Testpuppe für Analsexe oder was? Das ist ein Typ, der hat einen Arschloch. Ja, das ist ein tolles Produkt auf jeden Fall. Ich gebe auch immer 10 € aus, um einen Stift aufzubewahlen. zu bewahren das ist wirklich das steckst du den poppen steckst du den pro doch wirklich ich gucke es passt perfekt guckt euch das an es passt genau das hier ist elektronische abbelfolien das ist auf jeden fall so hat es geschrieben der toy is not intended for children under three years schade weiter Das ist eine Drohne? Das ist auf jeden Fall besser als alles, was weiß ich bisher gegeben hat. Alter, wenn die fliegen kann, ich raste komplett aus. Ich glaube, die kann wirklich fliegen. 2017.0 Welcome to the fucking future. Vor 10 Jahren dachte man sich so krass, das Auto kann mit Fernsteuerung fahren. Oh nein! Das sieht direkt kaputt. What? Junge! Nein! Komm wieder! Ich hab sie gefallen, in der Luft. Es gibt halt nur Full Power oder gar nichts. Nein, du Scheiß! Nein! Nein! Oh! Oh nein! Ja Leute, es hat viel Spaß gemacht und das waren auf jeden Fall die interessantesten Amazon-Produkte, die wir von unserer Assistentin haben zuschicken lassen. Ja und wenn ihr mal bei Soda vorbeischauen würdet, das würde mich echt persönlich sehr freuen. Lasst ihm doch mal ein Abo da oder drei und liked sein letztes Video. Ey! Das hat nicht klingelt. Das hat nicht klingelt.